Vor vier Jahren gewinnt Lina Larissa Strahl mit 15 beim Kika den Gesangswettbewerb Dein Song. Danach bekommt sie eine Rolle in einer der erfolgreichsten Kinderfilmreihen der letzten Jahre. Ihre eigene Musik verliert sie dabei nie aus den Augen. Jetzt mit 19 ist sie gerade im Kino der Mega-Hit. Lina Larissa Strahl ist die Baby in Bibi und Tina. Der Soundtrack zum Film erreicht Platz 1 in den Albumcharts. Jetzt ist sie mit ihrer eigenen Musik unterwegs und kommt zu euch. Erlebt Lina Larissa Strahl live beim nächsten Hitradio RTL Schulhofkonzert.